Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Space. In der letzten Folge haben wir den Marker ja aus unserem Shuttle herausgeholt und schon einige Meter nach vorne gezogen. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch drauf, dass hier endlich mal Gegner auftauchen, weil eigentlich will ich mich nicht bewegen. Einmal. Arm noch weg und dann ist er gut. 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 Genau. Schieß, Kollege. Äh, scheiße. Ich darf nicht stehen bleiben Stehen bleiben ist scheiße Stehen bleiben ist tot Auf jeden Fall kommen nach Nachdem wir die beiden da getötet haben Noch ein paar Und dann müssen wir einfach eigentlich wieder Von der Strahlenkanone Müssen wir eigentlich öfter mal die Sekundärfähigkeit einsetzen Und wir haben Stase Warum benutzen wir nicht Stase Wir haben hier überall Stase stehen Und am besten ist es eigentlich wieder zu erlegen Erst die Gegner und dann Alles weitere Unbekannte Bioformen Im Sektor registriert Sicherheitsdienst wurde informiert Da ist der Pack Zum Beispiel das da können wir machen Baram bam bam Baram bam 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 Baram bam 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 Baram bam bam Ach die Dinger schon wieder Das kommt mir noch nicht so. Ich kann laufen, laufen. Ah! Hm! Mann! Meine Scheiße! Krieg ich's kurz? Da krieg ich das Kotzen! Vor allem, man darfst jedes Mal wieder machen. Scheiße, jedes Mal wieder. Ah! Jedes Mal wieder! Ich krieg's kotzen! Jedes Mal wieder der ganze Kack. Ich glaub, jetzt erst mal durch die Tür hier durch. Ach, dann speichert er nämlich wieder, hoff ich mal. Muss ich nicht jedes Mal das Ding einsammeln. Kommst du mal her? Danke. Okay. Ah, ja, you're in the army now. In the army now. Das war der falsche Knopf. Okay, also als erstes kommt der, wo wir jetzt gerade stehen. Könnten natürlich auch versuchen, durchzurennen. Und uns da hinten zu positionieren. Und das ist ja vielleicht... Waren! Quarantäneabschottung initialisiert. Unbekannte Bioformen im Sektor registriert. Sicherheitsdienst wurde informiert. Not love. Vergnügen im Sektor registriert. Nein, 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 nein! Fuck Oh man Filler in, no? Komm Arme roll Oh nein Oh Mist Wie Es reicht jetzt Ist jetzt weg Mann Irgendwo ist man besser Oh man Quarantäne bitte aufheben Danke Oder es wird nicht aufgehoben Nö, da rein auf jeden Fall nicht Welche Richtung müssen wir? Da rein auf jeden Fall nicht Okay Ach komm schon, ich wollte bloß vorbeilaufen Mann Quarantäne aufgehoben Bitte Das sagt mir ja nur Dass wir immer noch nicht fertig sind Ist da immer noch welche gekommen? Ja, das einen von dem will ich nicht haben Ja, einmal Zwei Mal Wenn ich was schreien höre, denke ich die kommen Vielleicht nochmal runter Endlich, danke Oh Gott Ich mag das Spiel nicht mehr So gemein Und wir haben wieder keine Medi-Packs mehr Oh doch noch Freunde, freck einfach Und wir hatten eh keine Energiekirchen mehr, oder? Nein Naja, auf jeden Fall haben wir's bald Lasst mich raus Lasst mich raus Lasst mich raus Ich glaube nicht, dass wenn ich von hier schiesse, dass die drauf gehen Das glaube ich, wenn ich ehrlich bin, nicht Erstmal nachladen, bevor wir irgendwas machen Ja Isaac, du bist fast da Du musst die Energiezufuhr zur Brücke wieder herstellen, um den Marker zu bewegen Sieh dich nach einer Kontrollstation am Ende der Wartungsröhre um Deine Komm schon. Ach, das ging jetzt. Wieder mal fix. War's da schon? Ähm, der ist gesprungen. Der kann noch nicht springen. Der ist noch nie gesprungen. So, hier mit ein bisschen Muni. Oh, das ist ja geil. Impulsproduktile und natürlich wieder Flammenverbrennstoff. Braucht doch niemand. Ah! Was auch immer die Dinger bringen, ich hab keine Ahnung. Wir müssen da durch. Oh Gott. Nein. Äh, nochmal ein anderer Raum. Oh Gott. Zehntausend. Yay. Brennstoff-5-Lammenwerfer. Weg damit. Wie ist denn das so komisch sortiert? So, Strahlen-Muni haben wir noch acht. Impulsproduktile haben wir noch 200. Plasma-Energie haben wir noch sechs. Das ist nicht viel. Medipacks haben wir noch zwei große. Zwei mittlere ist okay. Machen wir noch so. Strahlen-Muni machen wir noch mal ein bisschen was mehr. Dann kommt da hier ein bisschen was. Dann vielleicht zwei kleine Medipacks. Beide kleine Medipacks sind für den Arsch. Ein mittleres noch. Und... Mist, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten. Hätten wir uns noch einen Halbleiter kaufen. Äh, nicht. Nicht, äh, Energieknoten und hinten in die Tür rein. Aber jetzt ist es zu spät. Ähm... Für 6000. Für 6000 nehmen wir uns noch ein bisschen Plasma. Ein bisschen Impuls mit. Und dann ist gut. Okay. Durchladen. Und dann erst mal speichern. Wenigstens können wir speichern. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und dann danke ich dir, dass du wieder mal dabei warst. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns dort. Bis dahin.